Servus und hallo zurück zu The Darkest Tales. Jetzt ist mir wieder eingefallen, woran mich der letzte Abschnitt vom letzten Video erinnert hat. Und zwar an Ori and the Blind Forest. Zweiter Teil, glaube ich. Oder erster. Ich weiß es nicht mehr genau. Dürfte vielleicht der erste oder doch, der zweite gewesen sein Wurscht, wo man von dem Riesenwurm da flieht. Wer es gespielt hat, weiß, was ich meine. Oder auch nicht. Egal. Ebenfalls, das hat mich daran erinnert, so mit Flucht von Riesen und ich quatsch hier schon wieder ewig. Weiter geht's. Eine schöne Insel, Das ist doch schön. Hey, schau was ich gefunden habe. Ich habe eine brillante Idee. Warte, mach es nicht! Großartig. Wie geht's? Willkommen zu meinem Zuhause, Traveler. Ich bin Sten, der Genie des Lammes. Ich weiß, dass du hier hier glücklich bist. Wie weiß ich? Weil das ist das Ort, wo viele Reckless Wüsste sind gegründet. Multiple. Das ist toll. Und in return, Freiheit ist gegründet. Das ist ein Geist. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Das ist ein Geist. Das ist ein Geist. Das ist toll, Junge. Das ist toll, Junge. Ja, alle sind ein Winner. Aber ich sehe, in deinen Augen. Du fragst, ob ich ein realer Genie bin. Das stimmt? Dann, ich zeige euch, was das ist, Junge. Das ist ein Geist. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Ich bin ein Geist. Das ist toll, Junge. Das ist toll, Junge. Ich sage, dass ich drei Wüsste habe, was ich? Ja? Das macht mich aus, das Lammes Lammes. Das stetsche. Das verbreite die Schmerzen, die kleine Mädchen. Das ist schade, die meine Frau. Wie lange. Oho. Oho. Das stimmt, meine Freundin. Das ist nicht so, wie das funktioniert. Du musst drei von meinen Wissen erreichen. Otherwise, was das Sinn macht? Du hast nur zwei Optionen. Grant meine Wissen, oder bleiben in dieser stinkingen Land. Aber, als ich bereits weiß, was du wählst, für mein erstes Wissen, ich möchte, dass ich fliehe, in den Fortschritten der Black Fairies, und sie alle töten. Wir brauchen genug Magik-Dust für mich, um ihre Kraft zu absorbieren. Was machst du noch da? Geh in die Fortschritten der Black Fairies und töten sie alle. Es wird viel Magik-Dust für mich soar wie ein Magik-Dust durch das infinite Blüte des Blüten. Ich liebe diesen Blüten. Aber zumindest muss ich töten Fairies, das ist einer meiner Lieblings-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer. Äh, und nun? Warum ist da so ein Anhäng-Dings drin? Äh, Moment. Ihr seid nicht nett. Liegende Affen? Echt jetzt? Boah, die will ich nicht ordentlich was an. Komm, du Herder. Die will da jetzt nicht von dem Bärschwimmfliegenden Affen gleich und braucht den ihr seht. Kann da auch nicht sein. Halt mal das kurz frei. Ja. Einfach mal reinglaufen. Echt jetzt? Voll die schöne Insel und lauter Viecher, die nicht so nett sind. Ja, Kruk-Diele. War klar. Leute! Sag mal, habt ihr einen Knall? Was geht denn? Also hier ist schon, hier ist schon ordentlich was los. Natürlich wieder vom Staat. Ja, ich höre mal auf, dass du in das Zeugs reinläufst. Das ist nicht gut. Ja. Ist das nervig. Ich höre mal auf, da. Ach, sollen das Trampogine sein. Boah. Boah. Wie dumm kann man sein? Ich will jetzt die Affen da nochmal töten. Nee, nee, nee. Stell mir schon wieder an wie... Nein! Geh halt da weg! Ja. Nee, ihr seid tot. Sehr gut. Ja, endlich mal ein Speicherpunkt. Sehr gut. Das war schon mal... ...schöner Vorgeschmack für das... ...tolle Lerbe. Ja. bis weg ja wieder zusammenflicken war so ein schöner strand und hier der doofe dschungel mit fallen natürlich ja ja langweilig wenn hier keine fallen werden was ist mit euch los wenn du mal irgendwie was bist du geschaltet durch schuss du kannst jetzt einen zusätzlichen skill nutzen das ist sehr gut dann ist mir das doch gleich mal aus was haben wir denn hier wenn du noch okay mehr schaden bei einem hp das habe ausgerüstet das habe ausgerüstet gern angriffe erzeugen schockwellen mehr erfahrung wird sie doch gut an was es ist heilung das ist sprint umverwundbarkeit ok wie kreiser doch dann mal hoch ich habe mich doch gern ich bin nicht drauf was ist hier los der dschungel der show ordentlich ne ja ok ich komme halt hier ich komme halt hier wir kommen hier weiter brauchen feind irgendwie hallo einer da zieht das ordentlich ab hallo dann ja da ab oder so muss sie im muss man sterben dass das hier gewiss hätte wird weil so ist es natürlich blöd da jetzt nicht darauf geht er muss darauf hier 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 zusammen flicken wieder dieser da kommen wir und hier ist ein speicher punkt ist es schön ja danke für den hinweis ja dann gibt man doch more powerful weppen die speicher punkt da ist hier jetzt ruhe jeder oben ist eine zwei könntet ihr mal herkommen danke so zwar nett ja quatsch wieder so wenig ja wo bekomme ich denn größere waffe hier die halten was aus und tot großartig da 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 Okay. 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 Ja, pendel doch mal aus. Okay, muss da rauf, offensichtlich. Und nun? Scheiße. Äh... Wie geht's jetzt da weiter? War nöt. Hä? Hä? Ja, doof. Ne? Wie? Kommen wir da hin? Okay. Okay, so schaut's doch gut aus. Da, jetzt. Ah. Okay, jetzt ist es weit möglichst oben. Und gespeichert. So. Äh, äh, nicht zu gut. Ja, und wo bekommen die her, bitte? Ja, gut. Dann gib mir doch, äh, stärkere Waffe. Gesperrt. Hoppelschwert und... Ja. Ja. Ja, großartig. Und nun? Die fallen mal ganz runter. Da kommen wir jetzt einfach auch nicht weiter. Aufmerksamkeit. Wie ist das? Ja. Ja. Ja gut. Das ist aschlich, ne? Nun auch der Speicherpunkt. So. Ähm. Okay. Ich mag keine Levels, wo man verlaufen kann. Scheiße. Mir scheint das war nicht richtig. Das war doof. Wo bin ich denn? Da bin ich. Hier kommen wir nicht weiter. Ja, danke für den Hinweis, aber bringen wir halt grad nix. Da oben war was. Wie komme ich da hin? Gar nix. Was hab ich bekommen? Nix. Ich glaub ich marschi grad wieder zum, zu meinem Startpunkt hin. Ich hab halt keine Ahnung wo ich hin muss. Ja. Hier komme ich her. Sehr gut. Boah. Ich hab keine Ahnung wo ich hin muss. Also so überhaupt nicht. Da war's. Nein. Oben war's. Auch nicht. Kann nicht weiter. Hier war ich schon. Heißt, da muss ich rauf. Trinkt mir aber nix, wenn wir oben bin. Ne. Bringt mir nix. Ha. Hier rauf. Auch nix. Seid ihr wieder da? Okay. Level up. Was hab ich da? Angriffsgeschwindigkeit. Kernangriffe. Nehmen wir jetzt mal. Okay. Hier rauf. 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 Guck mal. Hier rauf. baum fahren wir vielleicht zink folgwiesen Ja, okay. Nee, da. Wohin? Wenn wir jetzt wieder zum Startpunkt kommen. Aber gut. Also, ne? Ich haue erst mal ab. Heile mich mal. Ich gehe hier. Ich komme offensichtlich nicht weiter. Und, uh... Bär, look! Huh? An axe? Can you make it usable with your weird magical bug sorcery? I certainly can. It will become a weapon of supreme power. Sure, sure. Just get on with it. With this, you can annihilate anything in your way. Even enemies? Especially enemies! Please! Jawoll, jetzt haben wir Angst. Ich weiß, eine sehr lange Folge, wo ich hier rumgeirrt bin. Wurscht. Das lassen wir jetzt so. Eine halbe Stunde Folge zwischendrin mal. Passt schon. Dafür haben wir eine Angst. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus! Beideeutomi